Kfz-Versicherungsbeiträge zurückfordert aufgrund von Corona? Warum das tatsächlich geht und wie genau du vorgehen solltest, all das erfährst du in folgendem Video. Servus und hallo bei Versicherungen. Mit Kopf, erst verstehen, dann versichern. Mein Name ist Bastian und dieses Video kann tatsächlich dafür sorgen, dass du bald ein paar Euro mehr auf deinem Konto hast. Während Corona sind nämlich ganz, ganz viele Menschen weniger Auto gefahren, als dass sie eigentlich der Versicherung gemeldet haben. Und es sind dadurch auch weniger Unfälle passiert. Das heißt, Kfz-Versicherer mussten weniger Schäden bezahlen. Und das könnten jetzt eben die Gründe sein, warum auch du Kfz-Versicherungsbeiträge von deiner Kfz-Versicherung zurückfordern kannst. Zum einen das Thema Fahrleistung. Wenn du jetzt tatsächlich im Jahr 2020 um einiges weniger gefahren bist, als was du der Versicherung gemeldet hast, was du fahren wirst. Beispielsweise, du hast vielleicht 20.000 Kilometer angegeben, die du im Jahr fährst. Jetzt bist du vielleicht nur 9.000 Kilometer gefahren. Dann ist es durchaus möglich, dass du diese Differenz, was du hier mehr gezahlt hast, zurückbekommen kannst. Weil es ist ja durchaus so, dass die Fahrleistung einen Einfluss hat auf den Beitrag. Je mehr du fährst, desto höher das Risiko, dass hier vielleicht irgendwann mal ein Unfall passiert, desto höher der Beitrag. Und diese Differenz könntest du jetzt einfach rückwirkend zurückfordern, weil ja die tatsächliche Fahrleistung niedriger war. Das ist das eine. Das andere könnte es sein, und hier aber auch gleich mit dazu gesagt, das ist wohl bei den wenigsten Versicherern der Fall, dass dein Versicherer sagt, hey, wir hatten halt im letzten Jahr viel weniger Unfälle als sonst, weil einfach weniger Menschen Auto gefahren sind. Und dadurch hatten wir ein paar Ersparnisse. Wir mussten nicht so viele Schäden regulieren und geben jetzt hier einfach so einen kleinen Bonus an unsere Versicherten. Wer das zum Beispiel macht, zumindest laut den Quellen, die ich gefunden habe, ist die HUC Coburg und auch die HUC24. Allerdings auch unter der Bedingung, dass du selbst eben im Jahr 2020 keinen Schaden hattest und auch dich kommittest, dass du halt auch im nächsten Jahr bei dieser Versicherung bleibst. Mein Tipp wäre jetzt an der Stelle, dass du einfach mal deine Versicherung kontaktierst. Und da solltest du vielleicht wahrscheinlich auch das eine oder andere beachten. Und bevor du deine Kfz-Versicherung kontaktierst, solltest du die folgenden Punkte jetzt unbedingt noch wissen. Nummer 1. Nur weil du weniger gefahren bist, heißt es nicht unbedingt auch, dass das Ganze jetzt hier rückwirkend günstiger wird und du auch was zurückbekommst. Weil bei den meisten Versicherern ist es wohl so, dass sie so Staffelungen haben. Also wo sie einfach sagen, okay, wenn du dann quasi in die nächste Staffel reinfällst oder runterfällst, dann bist du tatsächlich hier bei uns auch günstiger und dann kann es was zurückgeben. Also so bekannte Staffeln sind 6.000 Kilometer, 9.000, 15.000 und so weiter und so fort. Das heißt, das musst du dir bewusst sein, dass hier es wahrscheinlich so sein wird, dass der Versicherer hier nur was zurückzahlt, wenn du auch wirklich hier in eine niedrigere Kategorie reinfällst, was der Versicherer hier festgelegt hat an Kilometerstaffeln. Das ist das eine. Das andere ist, die Versicherer werden wahrscheinlich nicht unbedingt von sich aus das Ganze hier zahlen und auf dich zukommen, sondern du musst hier proaktiv das Ganze an den Versicherer melden und meine Empfehlung wäre auch, dass du hartnäckig bist. Bleibe hartnäckig, bestehe darauf, habe natürlich die entsprechenden Nachweise. Guck mal, das habe ich halt angegeben und das bin ich jetzt tatsächlich gefahren, bereite das vielleicht auch noch gut auf, vielleicht hast du ein paar Fotos vom Kilometerstand etc. Mach es dem Versicherer so einfach wie möglich und dann sei aber auch hartnäckig und manchmal kann es natürlich auch helfen, wenn man sagt, hey, lieber Versicherer, ich kenne ganz viele andere Versicherer, die machen das ohne Probleme, die erstatten das zurück, übrigens unabhängig von Corona. Also das hat ja nichts mit Corona erstmal per se zu tun. Corona ist jetzt halt hier relevant, weil plötzlich ganz, ganz viele Menschen weniger gefahren sind als sonst. Aber das gilt natürlich auch immer, wenn du weniger fährst als das, was du angegeben hast und natürlich auch umgekehrt, wenn du mehr gefahren bist als das, was du angegeben hast, dann kann hier eine Nachzahlung kommen. Also das ist hier mein Tipp, bleibe hartnäckig, bestehe da drauf und vielleicht kannst du so ein bisschen drohen, ey, dann wechsle ich halt nach der nächsten Periode, wenn das hier überhaupt nicht möglich ist, weil eigentlich machen das halt viele andere Versicherer auch. Das wären jetzt hier noch meine Tipps. Mich würde mal interessieren, hast du das Ganze vielleicht schon durchgeführt? Dann schreib mir hier unten rein, ob das bei dir geklappt hat. Und vor allem schreib mal mit rein, bei welchem Versicherer du versichert bist. Das wäre unglaublich cool, dass wir hier dann in den Kommentaren viele verschiedene Rückmeldungen schon haben, wo es geklappt hat ohne Probleme, wo Versicherer von sich aus vielleicht auch geleistet haben, bei welchem Versicherer gab es wirklich diesen Schadenbonus, wo der Versicherer nochmal on top gezahlt hat, weil weniger Schaden passiert sind. Würde mich persönlich interessieren, aber natürlich auch alle anderen Zuschauer. Nimm dir da kurz die Zeit, schreib das unten rein. Wenn dir das Video gefallen hat und du mehr Tipps möchtest in Zukunft liken, abonnieren und check mich natürlich auch auf Instagram aus. Hier kannst du mir persönlich Nachrichten schreiben. Hier gibt es jeden Tag Versicherungsnews, Updates, Tipps, Tricks und praktische Hinweise. Wir sind jetzt mittlerweile auch schon 54.000 Leute dort. In diesem Sinne, wir sehen uns wieder im nächsten Video. Ich freue mich schon drauf. Bis dahin. Liebe Grüße. Dein Basti von Versicherung mit Kopf. Ciao.